Guten Abend, willkommen zur Tagesschau. Das sind unsere Schlagzeilen von heute Donnerstag. Verlängerung. Der Nationalrat beschließt zum vierten Mal ein Gentech-Moratorium. Der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen ist in der Schweiz verboten und das soll so bleiben. Der Nationalrat hat sich klar für eine Verlängerung des Gentech-Moratoriums ausgesprochen. Für mehr Debatte sorgte dagegen die Forderung nach einer Ausnahme für die moderne Gentech-Methode CRISPR-Cas. Hier setzt das Parlament auf Vorsicht, nachdem es vor 15 Jahren von der Bevölkerung zurückgepfiffen wurde. Larissa Rhin aus Bern. Das ist genetisch veränderter Weizen. Er ist weniger anfällig auf Mehltau als diese herkömmliche Weizenpflanze. Verändert wurde er mit der CRISPR-Cas-Methode. Sie ist in der Schweiz bisher nur zu Forschungszwecken erlaubt. Die FDP und neu auch die GLP wollen das ändern. GLP-Nationalrat Martin Bäumle schlug vor, CRISPR-Cas, auch Genomeditierung genannt, zu erlauben, sofern keine fremde DNA eingesetzt wird. Wenn wir heute mit Strahlung und Chemie auf Pflanzen losgehen, ist das, wie man mit dem Hammer draufschlägt, in der Hoffnung, es passiert etwas, was man gerne hätte. Man weiss es aber eigentlich überhaupt nicht. CRISPR ist hier wie das Kalpell. CRISPR greift gezielt in das Erbgut von Pflanzen ein. Mit einer Art Genschere wird ein Teil der DNA ersetzt. Zu den Risiken gehören beispielsweise unerwünschte oder nicht identifizierbare Änderungen des Erbgutes mit unter Umständen unerwünschten Folgen für die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt. Für eine fundierte Risikoanalyse fehlen aber derzeit ausreichende wissenschaftliche Daten und Erfahrungswerte. Das Gentech-Moratorium kam vor 15 Jahren via Volksinitiative. Im Parlament war eine Mitte-Rechtsmehrheit dagegen. Politisch haben die Mitte und die SVP seither eine Kehrtwende vollzogen. Vor 15 Jahren hat man ganz klar nicht in der letzten Konsequenz gewusst, was eigentlich diese Gentechnik-Varianten beinhaltet. In der Zwischenzeit hat die SVP, aber auch der Bauernverband erkannt, dass sie überhaupt keinen Gewinn bringen für die Schweizer Landwirtschaft, für die Schweizer Ernährungswirtschaft. Heute scheint die Bevölkerung weniger skeptisch gegenüber CRISPR zu sein als das Parlament, auch wenn sie nicht viel darüber weiss. Das zeigt eine neue Umfrage von GFS Bern. Den Befragten wurde kurz erklärt, wie die Methode eingesetzt werden könnte. Danach waren 45% klar oder eher dagegen, dass Genomediting unter das Moratorium fällt. 39% waren dafür. Im Parlament gab es nur freisinnige Stimmen für den GLP-Antrag. Doch die SVP gibt sich offen. Wenn wir eine klare Botschaft vom Bundesrat haben, die das Nebeneinander dieser verschiedenen Varianten darlegt, wird die SVP Genomediting für gewisse Pflanzen unterstützen. Die Regierung muss nun Risiken und Chancen von CRISPR aufzeigen. Über 70 Forscherinnen und Forscher hatten im Vorfeld des heutigen Nationalratsentscheids dazu aufgerufen, das Moratorium zu beenden. Es gäbe gute Gründe, sich von dem Verbot zu verabschieden. Aber die Wissenschaftsgemeinde ist sich in der Frage nicht wirklich einig. Christian Rentsch berichtet. Dieser Mais soll robust sein gegen Pilzbefall. Dank Gentechnik. Angebaut auf einem bestens gesicherten Versuchsacker. Der Zaun soll vor Vandalismus schützen, nicht vor den gentechnisch veränderten Pflanzen. Die Agronomin Theresa Koller steht voll hinter dem Aufruf der Forschenden und findet das Moratorium falsch. Ich als Forscherin sehe halt das große Potenzial von der Gentechnik. Ich selber arbeite in der Resistenzzüchtung. Und da sehe ich in meiner täglichen Arbeit, wie die Pflanzen eben zum Teil resistenter sind und man dann den Pestizideinsatz reduzieren kann. Das hier ist Biomais. Das Forschungsgebiet von Pflanzenbauwissenschaftler Knut Schmidke. Er ist Direktor des FIBL, des Forschungsinstitutes für biologischen Landbau in Frick. Den Verzicht auf Gentechnik findet er weiterhin angebracht. Ja, wir haben jetzt Einträge unter anderem aus Pflanzenschutzmitteln, aus konventioneller Anwendung in Bioflächen. Und wir wollen natürlich jetzt nicht auch nach der Gefahr unterlaufen, dass wir auch noch gentechnisch veränderte Pflanzeneinträge, also Polleneinträge in biologisch bewirtschafteten Flächen haben. Gentechnikforschung ist erlaubt, aber nicht der kommerzielle Anbau. So auch beim relativ neuen Genomediting. Hier werden mittels einer Genschere Abschnitte aus der DNA herausgetrennt und ersetzt. Letztlich ist es einfach eine Weiterentwicklung der bisherigen Züchtung. Es ist eine Präzisierung der Züchtung, die bis anhin auch angewendet wird. Und aus der Sicht der Forschung macht es keinen Sinn, warum die Präzisierung, die Verbesserung der Methode verboten werden soll. Grundsätzlich ist es auch mit diesen Technologien möglich, aus anderen Organismen genetische Informationen zu übertragen. Und das müssen wir in der Gesamtheit einordnen, eben im Ernährungssystem. Und das ist keine einfache Frage, wir brauchen Zeit. In den nächsten vier Jahren soll nun der Bundesrat abklären, wie eine Koexistenz von gentechnikbasierter und jetziger Landwirtschaft möglich ist.